10 erstaunliche Fakten über Salbei Salbei ist eine mehrjährige Pflanze aus der Familie der Lippenblütler und wird oft als Gewürz- und Heilpflanze verwendet. Es gibt über 900 verschiedene Arten von Salbei, darunter den bekannten Gartensalbei, Salvia officinalis. Salbei hat silbergraue Blätter und einen charakteristischen würzigen Duft. Die Blätter des Gartensalbeis werden häufig zum Würzen von Gerichten wie Fleisch, Suppen und Sausen verwendet. Salbei enthält ätherische Öle und Antioxidantien, die ihm seine medizinischen Eigenschaften verleihen. In der traditionellen Medizin wird Salbei zur Linderung von Halsschmerzen und Entzündungen verwendet. Salbei-Blätter können zu einem beruhigenden Tee aufgebrüht werden, der bei Magenbeschwerden helfen kann. Salbei wird in einigen Kulturen als Symbol der Unsterblichkeit und Weisheit angesehen. Salbei kann als natürlicher Mückenschutz dienen, da sein Duft diese Insekten fernhalten kann. Salbei hat eine lange Geschichte der Verwendung in verschiedenen Kulturen, von den alten Griechen und Römern bis hin zu den indigenen Völkern Amerikas. Die Blätter des Gartensalbeis werden immer wieder in die Kulturen als Symbol. Die Blätter des Gartensalbeis werden immer wieder in der Kulturen als Symbol. Das heißt, es ist in der Zeit, wenn man ein Teil der Kulturen als Symbol, ist in der Kulturen als Symbol. Das war die Kulturen als Symbol. Die Blätter des Gartensalbeis werden es nicht ausreichend. Super-Bâyentzschmerzen Sie ein bisschen Evangzić. Vielen Dank.